Jetzt erzähl mal ein bisschen. Sonny Black. Sonny Black, wer ist das? Keine Ahnung. Wir wissen, dass du Sonny Black kennst. Wir wissen, dass du ihn unter einer Decke steckst. Jetzt spuck's einfach aus. Keine Ahnung, wovon du redest. Ich hab keinen Plan, ich kenn ihn nicht. Erzähl uns keine Scheiße. Wir wollen jetzt wissen, wer Sonny Black ist und wo er ist. Wo ist er? Keine Ahnung. Jetzt pass mal auf, du Clown. Wer ist Sonny Black? Keine Ahnung, du Clown. Ich geh nicht ran, mein Freund. Ich geh nicht ran. Ja. Ja. Vieles hätte anders laufen können, doch das ist Theorie. In Wirklichkeit sind wir Figuren. Playmobil, was für Tour. Ohne Rap wird vielleicht mehr aussehen. Denn viele scheitern auf der Suche nach einem Major-Deal. Ich würde theoretisch auch lieber einen Sechser haben. Doch muss am Montag mein Corsa in die Werkstatt fahren. Ich könnt mich theoretisch einfach besser absichern. Doch wozu, alter Risiko ist praktischer. Ich müsste theoretisch mein Album einfach raushauen. Doch koche auch nur mit Wasser, wie alte Hausfrauen. Statt den ganzen Tag im Studio zu hängen, hab ich kurioserweise mein Studium beendet. Hörst du? Ich müsste theoretisch umziehen aus Bremen. Doch hab Mama mal versprochen, dass ich ohne sie nicht gehe. Außerdem hab ich theoretisch so viel erlebt. Aber praktisch gibt's noch so viel zu sehen. Das sind alles nur Ideen, die für jeden hier gemacht sind. Wir müssen unterscheiden zwischen Theorie und Praxis. In der Theorie? Willst du was verändern? Aber wie? In der Praxis geht meistens alles schief. Das sind alles nur Ideen, die für jeden hier gemacht sind. Wir müssen unterscheiden zwischen Theorie und Praxis. In der Theorie? Wollen wir zu viel, aber geben viel zu wenig. Das ist kein fairer Deal. Vieles hätte anders laufen können. Doch das ist Theorie. Ich tu, was ich tu im Namen der Musik. Ich bin jung, gefragt, umstritten und berühmt. Doch kann die einfachsten Dinge inzwischen nicht mehr fühlen. Ich bin eigentlich kein Fan von Geschäftsterminen. Doch kann mir praktisch nicht erlauben, einfach wegzuziehen. Theoretisch bräuchte ich kein Album mehr haben. Doch praktisch hab ich so viel zu sagen. Ich könnte locker auf den Luxus verzichten. Auf Autos und Uhren, auf Schmuck und auf Bitches. Ihr wolltet mich doch so, alles andere passt nicht. Doch praktisch mach ich all das mit Absicht. Eigentlich kann ich tun, was ich will. Aber schau, praktisch geh ich dafür in den Bau. Theoretisch scheiß ich auf alles, doch das geht nicht. Denn praktisch erlaub ich mir kein Feiertritt. Das sind alles nur Ideen, die für jeden hier gemacht sind. Wir müssen unterscheiden zwischen Theorie und Praxis. In der Theorie willst du was verändern, aber wie? In der Praxis geht meistens alles schief. Das sind alles nur Ideen, die für jeden hier gemacht sind. Wir müssen unterscheiden zwischen Theorie und Praxis. In der Theorie wollen wir zu viel, aber geben viel zu wenig. Das ist kein fairer Deal. Du hättest gerne mehr von deinem Leben, doch musst jeden Tag zur Nacht schicht. Manchmal liegen Welten zwischen Theorie und Praxis. Wir würden alle gern die Fäden ziehen, doch Fakt ist. Manchmal liegen Welten zwischen Theorie und Praxis. Es ist ein Auf und Ab, fast wie die Melodie. Es liegen Welten zwischen Praxis und Theorie. Wir warten auf ein Wunder, doch es klappt in der Regel nie. Praxis und Theorie. Das sind alles nur Ideen, die für jeden hier gemacht sind. Wir müssen unterscheiden zwischen Theorie und Praxis. In der Theorie willst du was verändern, aber wie? In der Praxis geht meistens alles schief. Das sind alles nur Ideen, die für jeden hier gemacht sind. Wir müssen unterscheiden zwischen Theorie und Praxis. In der Theorie wollen wir zu viel, aber geben viel zu wenig. Das ist kein fairer Deal. Das ist kein fairer Deal. Vielen Dank.